So, heute ist tatsächlich Silvester. Ich wünsche euch allen ein frohes Jahr 2010. Heute machen wir eine Steintortour durch Hannover und da darf natürlich das Phoenix auch nicht fehlen. Da gehen wir gleich mal rein und was da alles so los gewesen ist, das zeigen wir euch jetzt einmal. Also auf geht's! So, wir zwei beiden sind jetzt auch fertig geschminkt für Silvester. Was hast du heute Schönes gemacht? Ich habe heute getanzt. Sehr gut. Und wie war Silvester so für dich? Das war schön und ein bisschen anstrengend. Ganz kurzes Fazit nochmal in einem knackigen Satz. Was ist Silvester für dich in Hannover? Silvester in Hannover ist auch so eine geile Party, was man sich vorstellen kann. Richtig! Sehr gut. Dann wünsche ich dir noch viel Spaß heute Abend. Danke, dir auch. Danke, dir auch. Vielen Dank.